da haben wir schon die nächste sehr ergiebige pflanzen also vom essen her das ist der blutweiderich sehr gut jetzt war es total lang trocken da vorne ist der thüringer wald und trotzdem ist es super saftig super zu essen da ist jetzt momentan so 40 cm hoch wird aber auf jeden fall so keine ahnung 50 oder sogar super viel dran und die pflanze für heute für euch blutweiderich schönen tag miteinander führt euch sepp von walternwerk und geht's aussehen